Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie läuft es heute im Büro? Hallo Michael. Es war ziemlich viel los. Aber wir schaffen es. Gut zu hören. Haben Sie den letzten Verkaufsbericht gesehen? Ja. Habe ich. Unsere Zahlen für diesen Monat sehen großartig aus. Großartig. Lassen Sie uns unsere Marketingstrategie für das nächste Quartal besprechen. Natürlich habe ich ein paar Ideen im Kopf. Auf dem Weg zum Meeting können wir ein Brainstorming durchführen. Es sieht aus wie ein Plan. Machen wir das Beste aus dieser Busfahrt. Ich akzeptiere Michael. Wenn wir reden, kommen uns immer tolle Ideen. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Danke. Sind Sie bereit für das Softwareprojekttreffen? Ja. Ich habe alle notwendigen Unterlagen vorbereitet. Großartig. Beginnen wir mit der Überprüfung des Projektzeitplans. Sicherlich. Wir sind auf dem Weg, die Frist einzuhalten. Gut zu hören. Gibt es Probleme mit dem Entwicklungsteam? Nein. Sie arbeiten effizient. Die Kommunikation ist nahtlos. Großartig. Wie sieht es mit dem Budget aus? Haben Sie Bedenken? Das Budget liegt innerhalb der von uns zu Beginn festgelegten Grenzen. Perfekt. Lassen Sie uns die bevorstehenden Meilensteine besprechen. Der nächste Meilenstein ist für nächste Woche geplant. Sind sich alle Teammitglieder Ihrer Pflichten bewusst? Ja. Ich habe die Verantwortlichkeiten klar kommuniziert. Gute Arbeit. Mary. Ihre Führung macht den Unterschied. Danke Michael. Danke für Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns nun über mögliche Risiken sprechen. Haben Sie welche identifiziert? Bei der Integration von Dritthandbieter Software besteht ein geringes Risiko. Lassen Sie uns darauf achten und einen Notfallplan erstellen. Annahme. Wir sollten auch regelmäßige Fortschrittsbesprechungen einplanen. Ich dachte dasselbe. Wöchentliche Treffen reichen aus. Das funktioniert bei mir. Es stellt sicher, dass alle in Harmonie sind. Apropos Compliance. Wie ist das Feedback unserer Kunden? Sie sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden. Das sind gute Nachrichten. Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität. Auf jeden Fall Michael. Unser Ziel ist eine erfolgreiche Projektabwicklung. Gibt es noch etwas, über das wir heute sprechen sollten? Ich denke, wir haben alles abgedeckt, was auf der Tagesordnung stand. Wunderbar. Vielen Dank für dein Engagement, Mary. Danke Michael. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten. Definitiv. Lassen Sie uns dieses Projekt zu einem großen Erfolg machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Einen schönen Tag noch. Du auch? Mary. Bis zu unserem nächsten Treffen. Tschüss Michael. Neues Gespräch. Hey. Weißt du, wo die Schulbibliothek ist? Natürlich im zweiten Stock des Hauptgebäudes. Vielen Dank. Ich muss einige Bücher zurückgeben. Kein Problem. Bist du neu hier? Ja. Ich habe dieses Semester gerade erst angefangen. Mein Name ist übrigens Sarah. Schön dich kennenzulernen. Sarah. Alex. Wenn Sie Fragen zum Campus haben, können Sie diese gerne stellen. Danke Alex. Ich kann dieses Angebot annehmen. Ich versuche immer noch, meinen Weg zu finden. Keine Sorge. Ich saß im selben Boot, als ich hierher kam. Du wirst verstehen. Neuer Vortrag. Was für ein wunderschöner Tag in Deutschland. Ja. Das Wetter ist perfekt zum Erkunden. Waren Sie schon einmal in Deutschland? Nein. Das ist mein erstes Mal. Ich bin sehr aufgeregt. Sie werden sich verwöhnen lassen. Deutschland hat viel zu bieten. Erzähl mir mehr. Was soll ich sehen? Besuchen Sie unbedingt das Brandenburger Tor in Berlin. Ich habe gehört, dass es eine Ikone ist was sonst. Berliner Mauer, Reichstagsgebäude und Museumsinsel. Das sieht nach einem Tag voller Besichtigungen aus. Das ist es. Aber es lohnt sich. Was ist mit Essen? Gibt es lokale Gerichte, die ich probieren sollte? Sie sollten Schnitzel und Sauerkraut essen. Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Was sonst? Vergessen Sie nicht die Bagels, die Bratwurst und das Bier. Das werde ich nicht. Wie ist es außerhalb Berlins? München ist ein Muss. Wenn möglich. Oktoberfest. Ich wollte schon immer das Oktoberfest erleben. Das ist eine Explosion. Tanz, Musik und jede Menge Bier. Ich werde darauf achten, mein Tempo einzuhalten. Gute Idee. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Ich habe zwei Wochen Zeit zum Erkunden. Perfekt. Dann kann man viel sehen. Wo ist Ihr Lieblingsort in Deutschland? Es ist schwer. Aber ich liebe Bayern und den Schwarzwald. Der Schwarzwald klingt geheimnisvoll. Ein wunderschöner Wald mit Kuckuckshuren und Kuchen. Kuckuckshuren? Ich würde diese gerne sehen. Sie sind einzigartig. Diese finden Sie in Souvenirläden. Ich werde nach einem Ausschau halten. Was ist mit dir? Was führt sie nach Deutschland? Ich begab mich auf ein Solo-Abenteuer und erkundete Europa. Das ist sehr mutig. Stehen noch weitere Länder auf Ihrer Liste? Zu meinem Reiseplan gehören Frankreich, Italien und Spanien. Sieht großartig aus. Ich hoffe, Sie haben eine wunderbare Reise. Danke schön. Ich freue mich darauf, die gesamte Kultur in mich aufzunehmen. Wenn Sie Tipps oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Du bist sehr nett, Michael. Da kann ich Ihnen zustimmen. Definitiv. Hab eine schöne Zeit in Deutschland, Mary. Danke Michael. Es war toll, mit dir zu plaudern. Gute Reise, Mary. Hab eine schöne Reise. Neues Gespräch. Hallo Meriem. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Sind Sie bereit für unser Projekttreffen? Ja, ich bin es. Ich habe einige Ideen vorbereitet. Großartig. Lasst uns beginnen. Was ist Ihre erste Idee? Ich denke, wir sollten eine Präsentation vorbereiten. Das hört sich gut an. Was sollte unsere Präsentation beinhalten? Wir sollten die Projektziele und den Zeitplan abdecken. Annahme. Was sollten wir noch hinzufügen? Ich denke auch, dass wir über die Rollen der Teammitglieder sprechen sollten. Das ist wichtig. Etwas anderes? Wir sollten die Vorteile des Projekts hervorheben. Großartig. Lasst uns daran arbeiten. Wann sollten wir uns wiedersehen? Wie wäre es mit morgen Nachmittag? Hört sich gut an. Bis später. Bis später. Michael. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Danke. Wie geht es dir? Ich bin auch gut. Wie war die Arbeit heute? Ich war sehr beschäftigt. Aber okay. Wie war dein Tag? Bei mir ist es auch gut gelaufen. Das Wetter ist wunderschön. Also habe ich es genossen. Ja. Das Wetter ist großartig. Was hast du am Wochenende vor? Ich habe noch keinen Plan. Was werden sie tun? Ich denke darüber nach, mit meinen Freunden auszugehen. Klingt lustig. Welche Freunde wirst du treffen? Ich treffe mich mit Lisa und Jason. Großartig. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Es wird schön sein, zusammenzukommen. Sieht so aus, als hätte der Bus Verspätung, oder? Ja. Es sieht so aus. Hier kommt es. Es ist, als wäre der Bus voll. Es kann schwierig sein, einen Platz zu finden. Hier ist ein leerer Ort. Lass uns jetzt sitzen. Okay. Wir sitzen gerade. Magst du Bus reisen? Ja. Es ist eine bequeme und schnelle Reise. Definitiv. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit. Das gefällt mir auch. Ich möchte mich nicht mit dem Verkehr herumschlagen. Du hast recht. Der Bus ist komfortabler. Wann fängst du an zu arbeiten? Ich fange um 9 Uhr an. Was sind deine Arbeitszeiten? Ich fange auch um 9 Uhr an. Gutes Spiel. Ja. Es ist gut, gleichzeitig zu beginnen. Sind sie mit ihrem aktuellen Job zufrieden? Ja. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Aber ich möchte etwas mehr Gehalt. Ich verstehe jeder will mehr Geld. Glaubst du, ich sollte den Job wechseln? Vielleicht sollten sie nach anderen Möglichkeiten suchen. Da hast du recht. Ich werde darüber nachdenken. Was machst du dieses Wochenende? Ich mache mit meiner Familie ein Picknick. Wie schön. Wie sind die Wettervorhersagen? Das Wetter scheint gut zu werden. Was wirst du beim Picknick essen? Wir bringen Sandwiches, Obst und Kekse mit. Es sieht appetitlich aus. Ich würde auch gerne teilnehmen. Natürlich könnt ihr auch kommen. Vielen Dank. Vielleicht komme ich ein anderes Mal vorbei. Natürlich sind sie jederzeit herzlich willkommen. Hier ist meine Haltestelle. Auf Wiedersehen, Mary. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, Michael. Dir auch einen schönen Tag. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Hallo, Michael. Es war großartig. Danke. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. In Ordnung und du? Klingt lustig. Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Habt ihr Pläne für diese Woche? Ja. Ich habe am Mittwoch ein Meeting mit dem Marketing-Team. Wir müssen die neue Kampagne besprechen. Oh ja. Das ist wichtig. Ich habe am Freitag eine Präsentation für meinen Kunden. Dazu benötige ich einige Daten von Ihrem Team. Natürlich werde ich dafür sorgen, dass ich Ihnen das bis Mittwoch zuschicke. Haben Sie übrigens schon das neu eröffnete Restaurant im Stadtzentrum ausprobiert? Noch nicht. Ist es eine gute Sache? Ja. Ich war am Samstag dort und das Essen war köstlich. Wir müssen diese Woche zum Mittagessen dorthin gehen. Das klingt nach einer tollen Idee. Lasst uns für Donnerstag planen. Perfekt. Donnerstag ist es. Ich freue mich darauf. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht's? Hallo Michael. Mir geht es gut. Danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Sind Sie mit der Party zufrieden? Ja. Tolles Treffen. Hast du jemanden Interessantes kennengelernt? Noch nicht. Aber ich bin gerade erst angekommen. Ich hoffe, heute Abend neue Freunde zu finden. Das ist der Geist. Was machst du in letzter Zeit? Ich arbeite hart. Versuche aber auch zu reisen. Wann immer ich kann. Du? Ich war auch beruflich beschäftigt. Habe aber vor kurzem ein neues Hobby angefangen. Malen. Tisch. Das ist toll. Welche Art von Kunst erschaffst du? Ich mache hauptsächlich Landschafts- und abstrakte Arbeiten. So entspannend. Ich würde gerne irgendwann einige ihrer Arbeiten sehen. Klar. Ich zeige euch ein paar Bilder von meinem Handy. Danke. Ich freue mich darauf. Übrigens. Haben Sie das Essen hier probiert? Lecker. Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass die Tacos großartig sind. Diese. Lass uns später zusammen etwas trinken. Es sieht aus wie ein Plan. Kommen Sie oft zu diesen Partys? Ab und zu. Eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen und Kontakte zu knüpfen. Ich stimme zu. Es ist immer interessant, neue Leute kennenzulernen. Definitiv. Kennen Sie unsere Gastgeberin Sarah? Sie ist schön. Ich habe dieses Vergnügen noch nicht erlebt. Aber ich werde auf jeden Fall Hallo sagen. Sie sind ihr Eigentum. Sehr gastfreundlich. Was gefällt dir auf solchen Partys am besten? Ich liebe die Musik und die Möglichkeit, mit meinen Freunden zu tanzen. Tanzen ist nicht wirklich mein Ding. Aber ich werde es versuchen. Das ist der Geist. Hab einfach Spaß. Wird machen. Also, welche Art von Musik stehst du? Ich mag von allem ein bisschen. Aber ich liebe Indie, Rock und Pop. Schön. Habt ihr Lieblingsbands oder Künstler? Ich bin ein großer Fan von Arctic Monkeys und Florence plus The Machine. Tolle Auswahl. Ich mag auch ihre Musik. Wir müssen tanzen, während wir einige ihrer Lieder spielen. Zustimmen. Haben Sie bevorstehende Reisepläne? Im Moment nicht. Aber ich denke darüber nach, nächstes Jahr eine Reise nach Europa zu machen. Europa ist unglaublich. Wohin willst du gehen? Italien und Frankreich stehen ganz oben auf meiner Liste. In Ordnung und du? Ich würde gerne Japan besuchen. Die Kultur dort fasziniert mich. Japan klingt unglaublich. Ich hoffe, dass du eines Tages gehst. Danke Maria. Was ist bisher ihr Lieblingsreiseziel? Ich habe mich in Griechenland verliebt, als ich letzten Sommer dort war. Griechenland ist unglaublich, besonders die Inseln. Ja. Santorini war ein wahrgewordener Traum. Glück gehabt. Ich habe deine Fotos gesehen und es sieht atemberaubend aus. Das sollten Sie bei Ihrem nächsten Abenteuer berücksichtigen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Danke für den Rat. Kein Problem. Immer. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Katze namens Muschdache. Er ist ziemlich frech. Katzen können so sein. Ich habe einen Hund namens Maximal. Hunde sind sehr treu und liebevoll. Diese Max ist für mich wie eine Familie. Das ist toll. Haustiere machen unserem Leben so viel Freude. Es ist sicherlich in Ordnung und du? Magst du Tiere? Ja. Aber ich bin eher ein Katzenmensch. Katzen haben einen einzigartigen Reiz. Hast du Geschwister? Ja. Ich habe einen Bruder und eine ältere Schwester. Du? Ich habe zwei Schwestern, beide älter als ich. Große Familientreffen sollen Spaß machen. Vor allem in den Ferien. Apropos Feiertage. Haben Sie Pläne für Weihnachten? Ich werde wahrscheinlich meine Familie besuchen und Geschenke austauschen. Du? Ich werde dasselbe tun. Es ist eine besondere Zeit des Jahres. Ist es wirklich? Die Dekorationen und die festliche Stimmung sind wunderbar. Annahme. Haben Sie Feiertagstraditionen? Wir backen immer gemeinsam Kekse und schauen uns Weihnachtsfilme an. Es klingt bequem und macht Spaß. Ich mag die Idee der Tradition. Dadurch fühlen sich die Feiertage noch spezieller an. Sind Sie schon einmal in den Ferien verreist? Ich war einmal über Silvester in New York. Es war magisch. Der Times Square muss an Silvester wunderschön gewesen sein. Es war voll, aber die Energie war Elektrizität. Ich würde es gerne eines Tages erleben. Sie sind Ihr Eigentum. Eine Erfahrung, die einer To-Do-Liste würdig ist. Ich werde das bei meinen Zukunftsplänen im Hinterkopf behalten. Danke Maria. Gern geschehen also. Was machst du beruflich, Michael? Ich arbeite in der Marketingabteilung eines Technologieunternehmens. Rasant, aber spannend. Marketing kann herausfordernd, aber lohnend sein. Eigentlich hält mich das auf Trab. Was ist mit dir? Ich bin Grafikdesigner bei einer Werbeagentur. Das sieht nach einem kreativen und dynamischen Job aus. Das. Ich liebe es, Ideen durch Design zum Leben zu erwecken. Ich bewundere Menschen, die das können. Es erfordert Talent. Danke Michael. Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am besten? Ich liebe Brainstorming-Sitzungen und die Möglichkeit, innovativ zu sein. Innovation ist im heutigen wettbewerbsintensiven Markt von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Das ist es, was uns an der Spitze hält. Haben Sie Hobbys außerhalb der Arbeit? Ich gehe gerne spazieren und fotografiere. In Ordnung und du? Neben dem Malen liebe ich auch das Lesen von Büchern und das Spazierengehen. Wandern scheint ein gemeinsames Interesse zu sein. Irgendwann sollten wir zusammen gehen. Klingt nach einer tollen Idee, Michael. Dann ist es ein Date. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. In Ordnung und du? Ich bin ein Science-Fiction-Fan. Daher liebe ich Frank Herbert's Dune. Das sind die Klassiker. Ich muss mir Dune mal ansehen. Eine tolle Lektüre. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken, wenn Sie dies tun. Wird machen. Sind Sie ein Morgenmensch oder eine Nachtteule? Auf jeden Fall eine Nachtteule. Ich mache meinen besten Job spät in der Nacht. Ich bin das Gegenteil. Der Morgen ist meine produktivste Zeit. Es ist interessant, wie unterschiedlich unser Energieniveau sein kann. Ja, genau so. Es macht die Welt vielfältig und spannend. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Was das Leben interessant macht, ist Vielfalt. Sehr richtig. Das macht solche Gespräche angenehm. Definitiv. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin Michael. Es war eine Freude, mit Ihnen zu plaudern. Ebenso Maria. Lasst uns den Rest der Party genießen. Es sieht aus wie ein Plan. Lasst uns die Tacos holen. Tacos sind. Zeig den Weg. Mary. Folge mir in den Taco-Himmel. Michael. Ich stehe hinter dir. Ich bin bereit für etwas Geschmack. Eine Party organisieren. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Lassen Sie uns das Software-Projekt besprechen. Natürlich habe ich das Projekt-Update vorbereitet. Hier ist der Bericht. Großes Dankeschön. Lass es uns gemeinsam durchgehen. Das Projekt schreitet wie geplant voran und wir haben die Kodierungsphase abgeschlossen. Das sind gute Neuigkeiten. Haben Sie die Software schon getestet? Ja. Wir haben mit dem Testen begonnen. Aber es gibt ein paar Fehler, die behoben werden müssen. Wir sollten Fehlerbehebungen Priorität einräumen. Kundenzufriedenheit ist sehr wichtig. Ich stimme zu. Ich werde das Team ernennen, das sich umgehend um sie kümmert. Danke Maria. Stellen wir sicher, dass wir den Projekttermin einhalten. Auf jeden Fall Michael. Wir sind auf dem Weg, pünktlich zu liefern. Großartig. Halten Sie mich auf dem Laufenden und lassen Sie uns regelmäßig Fortschrittsbesprechungen durchführen. Das werde ich, Michael. Danke für Ihre Unterstützung. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Guten Morgen Michael. Wie war Ihr Weg zur Arbeit? Es verlief ziemlich reibungslos. Danke. Und bei Dir? Gleicher Weg. Ich habe ausnahmsweise Platz im Zug. Gut zu hören. Gibt es wichtige Entwicklungen bezüglich des Projekts? Ja wirklich. Greenway Corp. Er stimmte unserem Angebot zu. Das ist toll. Wann werden wir voraussichtlich damit beginnen? Nächste Woche wollen Sie loslegen. Nächste Woche? Das ist etwas früh. Hmm. Haben Sie die notwendigen Details und Daten bereitgestellt? Ja. Ich habe eine E-Mail mit allen notwendigen Details erhalten und werde sie heute überprüfen. Okay. Stellen Sie sicher, dass wir alle Ihre Anforderungen vollständig verstehen, damit wir richtig planen können. Natürlich Jane. Ich werde die E-Mail sorgfältig durchgehen. Guten Morgen mein Baby. Wie ist Smiths Projekt? Irgendein Fortschritt? Smiths Projekt kommt gut voran. Ihnen gefällt unser Designkonzept und Sie sind bereit für die Entwicklung. Wunderbar. Informieren Sie mich über beide Projekte. Definitiv. Neues Gespräch. Hallo. Ich bin Michael. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo Michael. Ich bin Mary. Freut mich, Sie kennenzulernen. Freust du dich auf die Reise? Ja, ich bin es. Ich fliege zum ersten Mal. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist sicher. Hast du alles eingepackt? Das denke ich auch. Ich habe mein Gepäck noch einmal überprüft. Großartig. Wo gehst du hin? Ich fahre zu einem Geschäftstreffen nach New York. Das klingt interessant. Ich besuche dort meine Freunde. Waren Sie schon einmal in New York? Ja. Mehrmals. Wunderschöne Stadt. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Reisen Sie zum ersten Mal alleine? Ja. Ich reise normalerweise mit meiner Familie. Es wird dir gut gehen. Flugbegleiter sind hilfreich. Danke. Das ist beruhigend. Wie lange dauert Ihr Flug? Etwa vier Stunden Flug. Das ist nicht so schlimm. Bringen Sie ein Buch mit oder schauen Sie sich einen Film an. Ich habe meinen Kindle eingepackt, damit ich viel zu lesen habe. Clevere Wahl. Ich habe auch mein Tablet mitgebracht. Habt Ihr Reisetipps? Seien Sie nicht dehydriert und versuchen Sie, im Flugzeug zu schlafen. Ich werde daran denken. Oh. Hier kommt die Flugbegleiterin. Hallo. Können wir bitte etwas Wasser haben? Dankeschön. Also. Michael. Was machst du beruflich? Ich bin Softwareentwickler. In Ordnung und du? Ich arbeite in der Marketingabteilung eines Technologieunternehmens. Sehr cool. Wir haben ähnliche Interessen. Ja. Technologie ist faszinierend. Es ist Zeit, unsere Sicherheitsgurte anzulegen. Flugzeug startet. Auf geht's. Ich hoffe, dass es ein reibungsloser Flug wird. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind in guten Händen. Freude am Fahren. Neues Gespräch. Hey. Was hast du in diesen Sommerferien vor? Ich habe meinen Urlaub noch nicht geplant. Was machst du? Ich denke darüber nach, zur Sommerschule zu gehen. Wirklich? Welchen Kurs planen Sie zu belegen? Ich muss hier eine Englischstunde nehmen. Ich muss meine Sprache verbessern. Großartig. Ich möchte auch etwas lernen. Auf welchem Niveau bist du? Ich befinde mich derzeit auf dem A2-Niveau. Welchen Kurs sollte ich Ihrer Meinung nach belegen? Ein Sprachkurs für das A2-Niveau kann eine gute Option sein. Sie können das Sprechen üben und neue Leute kennenlernen. Gute Idee. Können Sie eine Sprachschule empfehlen? Sicherlich gibt es hier mehrere gute Sprachschulen. Ich kann Ihnen einige Vorschläge machen. Dankeschön. Und was haben Sie nach dem Abschluss vor? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich möchte beruflich vorankommen. Vielleicht mache ich meinen Abschluss. Einen Masterabschluss zu machen ist eine tolle Idee. In welchem Bereich möchten Sie sich weiterentwickeln? Ich habe vor, mich auf einen Bereich wie Unternehmensführung oder Marketing zu konzentrieren. Viel Glück. Und schließlich. In welcher Stadt werden Sie diesen Sommer sein? Ich lebe derzeit in Boston und werde hier meine Sommerferien verbringen. In Boston kann man eine tolle Zeit verbringen. Ich denke auch über ein paar Urlaubsorte nach. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Urlaubspläne schmieden. Vielleicht können wir gemeinsam etwas unternehmen. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Was kann ich Ihnen heute mitbringen? Ich hätte gerne einen Cappuccino und ein Schokoladen-Croissant. Bitte. Selbstverständlich gibt es einen Cappuccino und ein Schoko-Croissant. Willst du diesen Ort oder gehst du? Ich nehme es bitte hierher. Ich möchte die entspannte Atmosphäre genießen. Natürlich setzen Sie sich bitte. Ihre Bestellung ist im Handumdrehen fertig. Michael bereitet Cappuccino und Croissant zu. Übrigens. Michael. Hast du das neue Gebäck hier schon probiert? Noch nicht. Mary. Geht es Ihnen gut? Ja. Ich habe gestern das dänische Mandelgericht probiert und es war köstlich. Klingt verlockend. Ich muss es das nächste Mal versuchen. Hier ist der Cappuccino und das Schokoladen-Croissant. Mary. Danke Michael. Sieht großartig aus. Gern geschehen. Viel Spaß. Michael. Hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Ich denke darüber nach. Am Samstag spazieren zu gehen und am Sonntag vielleicht einen Film anzusehen. In Ordnung und du? Ich habe vor, am Samstag den Bauernmarkt zu besuchen und am Sonntag ein paar Bücher zu lesen. Das hört sich gut an. Vor uns liegen beide erholsame Wochenenden. Definitiv. Michael. Kann ich bitte das Konto haben? Natürlich. Hier ist es. Ihr Gesamtbetrag beträgt 8,50 Dollar. Hier ist ein 10-Dollar-Schein. Heben Sie sich die Spitze als Tipp auf. Vielen Dank. Maria. Ich schätze es. Einen schönen Tag noch. Du auch. Michael. Tschüss. Auf Wiedersehen Maria. Einen schönen Tag noch. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie war dein Wochenende? Guten Morgen Michael. Es war großartig. Danke. Ich ging im Lake District spazieren. In Ordnung und du? Das hört sich gut an. Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Also zu unserem Projekt. Okay. Lass uns das besprechen. Hatten Sie Gelegenheit, den Haushaltsvorschlag zu prüfen? Ja. Habe ich. Ich denke, es ist etwas hoch. Können wir versuchen, einige Kosten zu senken? Das hatte ich vorhergesagt. Ich habe bereits mit dem Finanzteam gesprochen und Sie arbeiten daran. Gut zu hören. Wie sieht der Zeitplan für dieses Projekt aus? Unser Ziel ist es, in zwei Wochen zu beginnen und in drei Monaten fertig zu sein. Okay. Das scheint machbar. Übrigens. Wie geht es deinem neuen Auto? Es funktioniert gut. Danke der Nachfrage. Letzte Woche musste ich es tatsächlich zur Reparaturwerkstatt bringen. Wirklich? Was war falsch? Nur ein paar kleinere Probleme wie Bremsen und klappernde Geräusche. Sie haben es schnell behoben. Ich muss auch mein Auto warten lassen. Können Sie einen guten Mechaniker empfehlen? Natürlich kann ich. Ich gehe zu einem vertrauenswürdigen Geschäft in der Nähe meines Hauses. Ich sende Ihnen Kontaktinformationen. Danke Maria. Das wird wirklich hilfreich sein. Kein Problem. Ich helfe gerne. Hast du übrigens das letzte Fußballspiel gesehen? Leider habe ich es verpasst. Wer gewann? Unsere Mannschaft gewann das Spiel mit 2 zu 0. Es war ein spannendes Spiel. Das sind gute Nachrichten. Die Highlights muss ich mir später ansehen. Definitiv. Wie auch immer. Zurück zu unserem Projekt. Okay. Lassen Sie uns den Zeitplan weiter besprechen und dem Team Aufgaben zuweisen. Annahme. Ich werde eine E-Mail mit dem aktualisierten Budgetvorschlag zur Überprüfung verfassen. Perfekt. Mary. Vielen Dank für Ihre harte Arbeit an diesem Projekt. Gern geschehen. Michael. Teamwag lässt Träume wahr werden. Wirklich Mary. Wir sind ein tolles Team. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie geht es dir heute? Hallo Michael. Mir geht es gut. Danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja. Es war schön. Ich habe einige meiner Freunde besucht. In Ordnung und du? Ich habe mich größtenteils zu Hause ausgeruht. Übrigens. Hast du schon den neuen Sandwichladen weiter unten an der Straße ausprobiert? Noch nicht. Ist es eine gute Sache? Ja. Ich war letzte Woche dort und die Sandwiches waren köstlich. Dann muss ich nachsehen. Was hattest du? Ich habe die Troutan Avocado Sandwiches gegessen. Es war wundervoll. Es klingt sehr lecker. Ich werde es heute zum Mittagessen probieren. Perfekte Wahl. Übrigens. Haben Sie die Tagesordnung für die Teambesprechung heute Nachmittag gesehen? Nein. Ich hatte noch keine Gelegenheit nachzuschauen. Gibt es da etwas Wichtiges? Wir werden neue Projektzeitpläne und einige bevorstehende Fristen besprechen. Danke für die Information. Ich werde auf jeden Fall vorbereitet sein. Gern geschehen. Benötigen Sie Hilfe bei irgendetwas vor dem Meeting? Vielleicht brauche ich tatsächlich Hilfe bei den Präsentationsfolien. Können Sie sie mit mir besprechen? Natürlich. Maria. Treffen wir uns nach dem Mittagessen im Konferenzraum. Hört sich gut an. Danke Michael. Wann immer du willst. Mary. Wir sind ein tolles Team. Ich stimme zu. Michael. Gemeinsam können wir alles überwinden. Apropos Teamwag. Haben Sie gestern Abend das Basketballspiel gesehen? Ich habe es verpasst. Wer gewann? Die Heimmannschaft gewann in der Verlängerung mit drei Punkten Vorsprung. Es sieht nach einem spannenden Spiel aus. Ich wünschte, ich könnte zuschauen. Ja, es war definitiv Nagelbrecher. Vielleicht gehe ich das nächste Mal zum Spiel. Auf jeden Fall Maria. Lasst uns planen, es uns irgendwann einmal gemeinsam anzuschauen. Klingt lustig. Wir können Pizza bestellen und einen Spieleabend veranstalten. Zähl mich auch. Es ist ein Date. Großartig. Ich freue mich darauf. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie läuft alles? Guten Morgen Michael. Die Dinge laufen gut. Ich arbeite an den Softwareanforderungen. Das ist schön zu hören. Haben Sie Fortschritte gemacht? Ja. Ich habe die grundlegenden Anforderungen dargelegt. Aber ich benötige Ihr Feedback zu einigen Punkten. Natürlich helfe ich gerne weiter. Was willst du? Zunächst muss ich die Zielgruppe dieser Software kennen. Unsere Zielgruppe sind vor allem kleine Unternehmen. Ich verstehe als nächstes benötige ich eine Klarstellung zum Budget für dieses Projekt. Wir haben ein Entwicklungsbudget von 100.000 US-Dollar. Perfekt. Lassen Sie uns nun den Zeitplan besprechen. Was ist unsere Frist? Innerhalb von drei Monaten sollten wir einen funktionierenden Prototyp haben. Drei Monate? Okay. Ich werde meinen Plan entsprechend gestalten. Großartig. Kommen wir zu den Funktionen. Was sind die Must-Haves? Wir benötigen Benutzer-Authentifizierung, Datenspeicherung und Berichtsfunktionen. Was ist mit Must-Haves? Es wäre schön, eine Integration mit Tools von Dritternbietern und einen mobilen Zugriff zu haben. Okay. Lasst uns zuerst das Wesentliche priorisieren. Annahme. Ich werde mit der Arbeit an den detaillierten Spezifikationen beginnen. Großartig. Wir sollten auch die Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum berücksichtigen. Ja. Wir werden die Architektur unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit entwerfen. Gibt es noch etwas, das wir besprechen sollten? Ja. Wir sollten regelmäßige Fortschrittsbesprechungen abhalten. Um den Überblick über unsere Meilensteine zu behalten. Gute Idee. Wie wäre es mit einem wöchentlichen Status-Update-Meeting? Wöchentlich hört sich gut an. Ich werde unser erstes Treffen für nächsten Montag planen. Es sieht aus wie ein Plan. Danke Maria. Danke Michael. Ich beginne mit dem Anforderungsdokument. Perfekt. Lassen Sie uns dieses Projekt zum Erfolg führen.